Die Rauchzeichen aus der Tabakfabrik in Linz. Für rauchende Köpfe sagt die Creative Region. Heute und morgen dreht sich beim Think Out Loud Symposium alles um das Thema Crowdfunding. Mehr Informationen unter creativeregion.org. Ebenfalls heute Donnerstag, den 15. November um 18 Uhr beginnt die Vernissage der Best-of-Ausstellung der Kunstuniversität Linz. Studierende und Absolventinnen zeigen eine spannende Palette an Projekten, Ideen und Installationen. Die Ausstellung ist von 16. November bis 2. Dezember zu sehen. Am Samstag, den 17. und Sonntag, den 18. November jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnet dann der erste Linzer Kunst- und Designmarkt seine Pforten in der Tabakfabrik. Rund 40 junge österreichische Aussteller zeigen ihre jüngsten Werke. Übrigens sind bis Sonntag, 18. November täglich von 11 bis 19 Uhr auch noch die nackten Skulpturen des rumänischen Bildhauers Virgilius Moldovan in der Tabakfabrik ausgestellt. Mehr Infos zu allen Veranstaltungen gibt's unter www.tabakfabrik-linz.at Die Rauchzeichen aus der Tabakfabrik in Linz. Nur auf loungefm.